Wer braucht länger am Bart? Oh, kann man jetzt kurz überlegen? Höheni, ganz klar. Ich sag das jetzt einfach mal klar raus, ich glaube der Chego braucht noch ein bisschen länger. Vor allem mit seinen Haaren, die Haare sind so lang mittlerweile, er muss noch ein bisschen lang föhnen und sowas. Er hat längere Haare, ich bin relativ zügig fertig, nehme die Zahnbürste auch gerne mit aus dem Bart und putze da meine Zähne, von dem er längere Zeit im Bart braucht auf jeden Fall der Höheni. Ich glaube, ich bin da einen kleinen Tick länger drin als der Chego. Würde ich auch Höheni sagen. Ganz klar Chego. Ich bin sehr ordentlich, also ich habe alle meine Kleidungsstücke schön im Schrank reingelegt. Wir haben so einen Schreibtisch halt bei uns im Zimmer und der ist relativ viele Sachen von ihm blockiert und bei mir relativ wenig. Ich habe da schön meine elektrischen Geräte aufgebaut, meine Kabelsammlung und gleichzeitig auch meinen Koffer. Deswegen will ich den Punkt jetzt einfach mal an Chego geben. Da muss ich sagen, den brauche ich mehr. Absolut der Höheni. Wenn bei mir schon der Wecker 20 Minuten vorher klingelt, da liegt er immer noch schnarchend neben mir. Er ist da ja schon einiges von zu Hause gewöhnt durch seine Tochter. Er braucht auch komischerweise vier, fünf Weckertimer, bis er endlich wirklich auf der Matte steht. Da brauche ich definitiv ein bisschen mehr Erholungsschlaf als er. Ja, auf jeden Fall der Höheni. Das müsste Chego sein, weil ich habe da wirklich relativ wenig bisher drauf. Ich meine, er bemüht sich zwar immer sehr hochdeutsch zu reden, aber ab und zu fällt es ihm dann schon mal raus. Wenn ich zu Hause bin, dann sage ich mir, ach Gott, du hast einen Dialekt angenommen. Ich selbst merke das gar nicht so. Mir fällt es bei Chego auch nicht auf und deswegen glaube ich, dass der Punkt leider an mich geht. Ich glaube, der Punkt geht an mich. Nee, ich mache meinen Kameraden hier nicht vor laufender Kamera. Fertig. Ich verrate nichts. Er kann dem Comedian ganz gut nachmachen, dem Teddy. Das macht er eigentlich auch ganz gut. Irgendwann geht es ihm natürlich ein bisschen auf die Nerven, aber das sage ich ihm dann auch. Er ist ein sehr guter Junge, definitiv. Sehr feiner Typ und von dem her geht mir bisher. Aber wir sind ja noch ein paar Tage hier, noch nichts auf den Geist. Das passt schon, ja. Glockenzeichen